Die Garderobe-Maske vom Tatort im Lastwagen. Ich weiß nicht, wieviel der Tatort das schon ist hier in Dortmund, aber schon der fünfte, sechste, siebte, ich weiß es nicht. Faber hat es aber immer noch nicht geschafft, die Zuschauer zu bannen oder dass der Zuschauer nur den Faber jetzt mag, so ist es ja nicht. Bei mir ist das ja ein bisschen anders. Ihr habt euch ja richtig verliebt in meinem Mode-Blog. Ich meine, ihr wollt ja ständig, kriege ich Mails von euch, ich habe ja mittlerweile 120.000 Follower und kriege ständig Mails. Bitte, Thilo, macht doch den nächsten Mode-Blog für Männer. Das fehlt hier einfach in Dortmund. Beim Tatort ist es glaube ich nicht so, aber wir wollen nochmal gucken. Jetzt gehen wir mal zum Ort des Geschehens, ob wir da hinkommen zum Drehort. Das sind wie gesagt ja nur die LKWs, aber ich melde mich dann gleich nochmal wieder. Thilos Mode-Blog aus Dortmund, der erste Mode-Blog für Männer.